Willkommen zu einem Kampf zwischen Mr.Hanky und Immortal. Mal gucken, wer diesen Kampf gewinnen wird. Ich weiß nicht, dass wir das von ihm gesehen haben. Es ist definitiv ein einst, heute. Das ist großartig. Das ist gut. Das kann man sich nicht mehr anbieten. Ein Knocktown, Dragout, Raw, mit einem großen Stumpf. Man, diese Leute sind abgültig, sie sind abgültig, sie sind abgültig, sie sind abgültig, sie sind abgültig. Das ist nicht so schlimm, aber es ist jetzt. Und es wird es für ein paar Jahre alt sein. Look at das. Er ist zurückgezogen, mit einem Freund zu einem Freund. Du bist genau das. Du musst du wissen, was funktioniert. Das ist der erste Mal, dass er das gemacht hat. Der erste Mal ist, der erste Mal ist, der erste Mal ist, dass er sich nicht mehr anbieten. Aber für einen Moment aber nicht für einen Moment ich expecte ihn zu backen, jetzt. Und an diesem Punkt, es sieht, wie es so einfach wie es als ein ganzes Mal ist. Es ist hart zu argumentieren, aber ich würde sagen, dass es eine andere Seite geht. Und jetzt eine Single Legge Boston Crab lockt in. Oh! Oh! Und he fights his way out. Ouch! After a move like that, he's gonna need to see a chiropractor or a spine specialist whenever he's comfortable with. No pun intended, of course. Yeah, he's not gonna be comfortable for a while. He's starting to rise up the cage wall here. There may be no stopping him. And here he goes, advancing up the cage wall. Oh, no. He's been thrown for the cage here, guys. Great counter. He's on the defensive here. This could be the start of an ugly downward spiral if he's not careful. But it's important to know that this match has been so evenly contested so far. You really can't pick a winner. That's a good point, John. And I'd say this match is about as even as it can get at this point. And now he's made it all the way to the top of this steel cage. It was a grueling match inside the cell, Kang. And now we're going to see what happens 20 feet above the ring. Oh, I don't like this. And that's the match. Dammit. Hat. Im.